Videospiele sind die größte Unterhaltungsform unserer Zeit. Denn schon seit Jahren hat die Spielebranche mit ihren jährlichen Umsätzen und Einnahmen der Musik- und Filmindustrie den Rang abgelaufen. Aber welche Spiele sind denn jetzt wirklich die Großverdiener, also die mit den größten jährlichen Einnahmen? Das verraten wir euch in diesem Video. Die Zahlen basieren dabei auf dem großen Abschlussbericht des Marktforschungsunternehmens Superdata, das auch 2019 wieder allerhand aussagekräftige Statistiken für die Branche und ihre Spiele zusammengestellt hat. Eine wichtige Einschränkung gibt's. Wir konzentrieren uns in diesem Top-10-Video zu den Spielen mit den größten Einnahmen 2019 auf Premium-PC- und Konsolenspiele, also Titel, die man vor dem Spielen erst kaufen muss. Denn Free-to-Play-Titel, die man erstmal kostenlos spielen kann, lassen bei ihren Umsätzen und Einnahmen die klassischen Kaufspiele weit hinter sich. Los geht's mit einem Spiel, das 2019 schon fünf Jahre auf dem Buckel hat, denn ursprünglich ist Die Sims 4 bereits im September 2014 für PC und Mac erschienen. 2017 kamen dann außerdem Versionen für Xbox One und PS4 dazu und natürlich wie für die Serie üblich wieder Dutzende kostenpflichtige Addons und DLCs. Diese in die drei Kategorien Expansion, Game und Stuff-Packs eingeteilten DLCs bringen sowohl größere neue Szenarien oder auch nur neue Klamotten oder Einrichtungsgegenstände. 2019 hat der Publisher Electronic Arts durch Hauptspiel- und DLC-Verkäufe 311 Millionen Dollar verdient, Platz 10 in der Liste der Top-Verdiener. Platz 9 ist dagegen ganz frisch, denn Borderlands 3 haben 2K Games und Gearbox im September 2019 veröffentlicht. In der Shooter-Fortsetzung treten vier neue Kammerjäger an, um eine durchgeknallte Social-Media-Sekte zu stoppen und dabei tonnenweise irre Waffen zu looten. Aber auch die Macher haben ordentlich eingesackt. 329 Millionen US-Dollar hat der Publisher Take-Two damit bisher verdient und zwar durch Spielverkäufe, einige Kosmetik- und Waffen-DLC-Packs und den Season Pass, der insgesamt vier DLC-Erweiterungen enthalten wird. Die erste davon, Handsome Jacks Casino, ist bereits erschienen. Rainbow Six Siege hatte dagegen wieder etwas mehr Zeit, sich im Markt auszubreiten, denn der Multiplayer-Shooter für PC, PS4 und Xbox One ist schon 2015 erschienen. Trotzdem hat Ubisoft damit allein im Jahr 2019 358 Millionen Dollar verdient, Platz 8. Neben mehreren verschiedenen Editionen des Spiels, von der Standard- bis zur Ultimate-Fassung und einem Jahres-DLC-Pass gibt's im Spiel auch einen In-Game-Shop, über dem man allerhand kosmetische Items wie Waffenskins, Kopfbedeckungen und Uniformen kaufen kann. Im Vergleich zum Vorjahr musste Siege etwas federn lassen, 2018 kamen noch 440 Millionen Dollar rein, 2019 sind's fast 80 Millionen weniger. Ein Clancy kommt selten allein, denn nach Rainbow Six mischt auch Tom Clancy's The Division 2 in den Top Ten mit. Der Loot-Shooter kam im Februar 2019 auf PC, PS4 und Xbox One und hat seitdem 370 Millionen Dollar verdient. Damit ist die Fortsetzung erfolgreicher als The Division 1, das in dessen Releasejahr 2016 nur 262 Millionen eingenommen hat. The Division 2 wird Ubisoft-typisch auf jeder Plattform in gleich mehreren Standard- und Deluxe-Editionen verkauft. Obwohl die DLCs zum Spiel alle kostenlos sein sollen, gibt's trotzdem einen sogenannten Jahr-1-Pass, mit dem Spieler nicht nur eine Woche vorab Zugang zu neuen DLCs bekommen, sondern auch neue Klassenspezialisierungen sofort freischalten und exklusive Bonus-Missionen die sogenannten Geheimaufträge spielen dürfen. Wie auch bei Rainbow Six gibt's auch in Division 2 einen In-Game-Shop, wo Spieler Kleidungsstücke direkt mit der Echtgeld-Währung Premium-Credits kaufen können. Auch wenn der Titel etwas anderes nahelegt, ist NBA 2K19 bereits im September 2018 erschienen. Und schon damals wurde die spielerisch tolle Basketball-Simulation für ihren überbordenden Einsatz von Mikrotransaktionen kritisiert. Geschadet hat's aber offenbar nicht, denn das Sportspiel von Take-Two landet in der Top 10 der Premium-Spiele mit den höchsten Einnahmen knapp auf Platz 6. 370 Millionen Dollar hat Take-Two nicht nur durch die Verkäufe des Spiels für PC, PS4, Xbox One und Switch, sondern auch durch zahlreiche Mikrotransaktionen im Spiel verdient. Denn über die Echtgeld-Währung VC kann man im Spiel nicht nur unzählige kosmetische Items kaufen, sondern auch die Attribute seines selbst erstellten Charakters verbessern. Und auch für die Fortsetzung NBA 2K20 stehen die Vorzeichen gut, das hat es zwar 2019 nicht in die Top 10 geschafft, legte trotz kontroverser Casino-Mechaniken aber den bisher besten Verkaufsstart der Serie hin und wird bis Ende 2020 einmal mehr Millionen für Take-Two einfahren. Mit Call of Duty Black Ops 4 schafft's ein weiterer Nachzügler in die Liste und zwar auf Platz 5. Denn nur im Jahr 2019 hat die eigentlich schon im Oktober 2018 erschienene Shooter-Fortsetzung satte 487 Millionen Dollar Gewinn eingefahren. Die Taktik von Publisher Activision und dem Entwickler Treyarch statt einer Solo-Kampagne voll auf verschiedene Multiplayer-Modi zu setzen, hat sich also mehr als ausgezahlt. Die hohen Einnahmen kommen nicht nur aus dem Verkauf des Spiels für PC, PS4 und Xbox One, sondern auch durch den Black Ops Pass, der mehrere zusätzliche Szenarien für den Zombie-Modus beinhaltet. Und auch in Black Ops 4 gibt's einen In-Game-Shop, in dem Dutzende kosmetische Items, aber auch diverse Waffen nur mit der Echtgeld-Währung Cod-Punkte kaufbar sind. Obwohl Black Ops 4 zum Release keine Lootboxen hatte, haben die Entwickler später welche nachgepatcht, was der Community zwar nicht gefällt, sich offenbar aber finanziell ausgezahlt hat. Der Ball ist rund, das Spiel dauert 90 Minuten und am Ende hat EA nen Haufen Knete verdient. Denn natürlich findet sich auch FIFA in der Liste der Bestverdiener. 2019 hat EA mit FIFA 20 Platz 4 belegt und damit seit dem Release im September in etwas mehr als drei Monaten 504 Millionen Dollar eingesackt. Das teilt sich auf in die Verkäufe der Spielversionen für PC, PS4, Xbox One und Switch und den großen Goldesel Ultimate Team. Denn auch im aktuellen Ableger der Fußball-Simulation kaufen rund um den Globus wieder Spieler Zufallskarten-Päckchen mit der Echtgeld-Währung FIFA Points, um ihr Traum-Team zusammenzustellen. Es ist einfach nicht tot zu kriegen. Denn seit 2013 beschert GTA 5, Rockstar Games und Take Two einen festen Platz in der Liste der Bestverdiener. War das damals noch die Version für Xbox 360 und PS3, bringen inzwischen die Spielversionen auf PC, PS4 und Xbox One die große Kohle rein. Und das waren allein 2019 über 595 Millionen Dollar und damit Platz 3. Neben den Einnahmen durch Spielverkäufe kommt der Löwenanteil inzwischen durch Mikrotransaktionen rein, denn in GTA Online kaufen die Spieler mit Echtgeld sogenannte Shark Cards, um damit schnellstmöglich an virtuelles Vermögen zu kommen und so die neuen Waffen, Fahrzeuge oder Grundstücke der kostenlosen DLCs zu kaufen. Bis heute hat sich GTA 5 quer über alle Plattformen 115 Millionen Mal verkauft. Nein, das ist kein Versehen, denn tatsächlich landet Activision mit gleich zwei Call of Duties in den Top 10 für 2019. Überraschend dabei ist, dass das neue Modern Warfare in nur zwei Monaten mehr Geld eingebracht hat als Black Ops 4 in 12. Denn mit 645 Millionen Dollar landet der Shooter von Infinity Ward auf der 2 und nimmt damit 2019 nochmal 158 Millionen mehr als Black Ops 4 ein. Zum Vergleich, Black Ops 4 hatte im Erscheinungsjahr 2018 612 Millionen verdient. Erhältlich ist Modern Warfare für PC, PS4 und Xbox One als Standard Steelbook oder Dark Edition mit Nachtsichtgerät. Zu den Einnahmen aus den Spielverkäufen kommen außerdem diverse Mikrotransaktionen dazu. Denn im In-Game-Store werden für die Premium-Währung CP diverse Pakete mit Kosmetik- und Zeitersparnis-Items verkauft. Erstmals in der Call of Duty-Geschichte sind Map-DLCs für alle Spieler kostenlos, Activision verkauft aber ähnlich wie Fortnite auch pro Saison einen Modern Warfare Battle Pass, der zusätzliche Herausforderungen und Unlocks bietet. Der Ball ist immer noch rund, das Spiel dauert immer noch 90 Minuten und am Ende hat EA gleich doppelt nen Haufen Knete verdient. Denn vor FIFA 20 landet das schon im September 2018 erschienene FIFA 19 mit 768 Millionen Dollar und damit über 100 Millionen Dollar Vorsprung auf Platz 2 ganz oben auf der 1. Wie auch bei FIFA 20 ist dafür mit weitem Abstand Ultimate Team verantwortlich, dessen Gewinne inzwischen über 28% aller Verkäufe des kompletten EA-Portfolios ausmachen. Zum Vergleich, der Verkauf von FIFA 19 alleine macht nur 14% aller EA-Verkaufserlöse des vergangenen Jahres aus. Und eines ist sicher, durch Ultimate Team wird unter Garantie auch im kommenden Jahr FIFA 20 und 21 in den Top 10 zu finden sein. Und trotzdem wären die 768 Millionen von FIFA 19 nicht einmal ausreichend, um auf Platz 10 der Free-to-Play-Spiele mit den höchsten Gewinnen des Jahres zu landen. Dort steht nämlich das Mobile-Game Last Shelter Survival mit 1,1 Milliarden Dollar und über allem thront auf Platz 1 Fortnite mit astronomischen 1,8 Milliarden Dollar Einnahmen in 2019. Obwohl der Free-to-Play-Markt in Sachen Gewinne schon lange an den Premium-Spielen vorbeigezogen ist, war 2019 laut Superdata aber auch ein schwächeres Jahr als 2018. Insgesamt verzeichnet der Premium-Markt einen Rückgang von 5%, was vor allem an schwächeren Blockbustern liegt. Superdata zufolge habe 2018 enorm von starken Titeln wie Red Dead Redemption 2 mit 460 Millionen und Monster Hunter World mit 453 Millionen Dollar profitiert. Trotzdem blickt das Marktforschungsunternehmen der Zukunft zuversichtlich entgegen. So sollen 2020 große Releases und das Eintreffen der neuen Konsolengeneration den Premium-Markt beflügeln. Explizit als Hoffnungsträger werden hier Cyberpunk 2077, The Last of Us Part II und Animal Crossing New Horizons genannt. Waren euch das noch nicht genug Zahlen? Dann guckt auf GameStar Plus vorbei. Dort wirft Michael Graf im Video nämlich einen noch viel umfangreicheren Blick auf die Trends und Zahlen des vergangenen Spielejahrs. wirft Michael Graf im Video.